Yo Leute, was geht ab? Mucke hier am Start. Es ist keine Ahnung was, ich glaube irgendein Samstag. 8 Uhr, 9 Uhr, irgendwie so rund um den Dreh. Es ist sehr sehr früh, nicht meine Zeit, das ist eher die Zeit, wo ich normalerweise schlafen gehe. Und ihr wisst, heute kommt kein Stream. Alle, die im Stream dabei waren, wissen, ich bin heute in Holland. Ich war mit ein paar Kollegen runter in Holland, haben uns ein Hotel gebucht, kommen morgen wieder, das heißt morgen nächster Stream. Aber, jetzt kommt's. Ich nehme die Cam mit. Ich weiß nicht, ob ich endlich so eine Art Vlog machen kann. Muss ich gucken, ist immer ein bisschen komisch, wisst ihr. Ne, was halt komisch sein wird, ist eher, ich weiß nicht, ich will die nicht beim Feiern mitnehmen. So, mal gucken, vielleicht mache ich das, vielleicht nicht, weil wir werden Alkohol verzerren und ich will nicht, dass die Cam weg ist, war ja teuer. Aber, werden wir mal gucken, ob wir das so machen. Was ich aber auf jeden Fall Bock habe, ist mal so einen kleinen Vlog oder sonst was zu machen. Oder vielleicht mal so Fragen, so FAQ, ne. Also Fragen und, äh, Questions. Ach, ihr wisst, was ich meine. Hier, Fragen und Antworten. Ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, mal so ein bisschen Real-Life-Fragen, ein bisschen, äh, über Mucke, das Projekt-Fragen, allgemeine Fragen, Politik, Glaube, ob eine Person behindert ist. Ja, der Tod ist behindert. Äh, haut raus. Ihr könnt gerne hier, ihr könnt gerne auf Facebook, auf Twitter private Nachrichten oder einfach in den Kommentaren. Haut mal raus. Ähm, sonst, äh, will ich auch nicht großartig drehen, weil in einer halben Stunde werde ich abgeholt, deswegen muss ich schnell das Video hochladen. Leute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, die wir nicht sehen. Peace and out. Sonst sehen wir uns Sonntagabend. Yeah.